Und jetzt habt ihr, wenn die Musik angeht, 24 Sekunden Zeit, möglichst viele Punkte zu machen. Wenn die Musik ausgeht, sind die 24 Sekunden vorbeigemachen, stellen Sie jetzt sehen. Yes! Okay. Ja! 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 Und jetzt steht, in der Lachse, der erste. Von Position 1, ich wünsche euch die drei Werfer auf Position 2 zu setzen. Sehr gut, genau, da steht noch mal. Diese Schirme noch ein bisschen über sieben, ihr werft und wir zählen. Jetzt geht es mit drei, zwei, drei, drei. Sie spielen ganz weniger, vier, vier. Ich würde sagen, kann ich die fünf sein, ist das bei vier. Vier von Position 2. Halftime in der Halftime-Challenge. Position 3, ich wünsche euch bitte. Hauptsache, das ist ja noch mal. Über die sieben. Halftime in der Halftime-Challenge. Vor allem ist es noch mal. Die Schirme für die Kölner. Die Schirme für die Paar. Die Schirme für die Kölner. Ja, das ist ja so. Die Schirme für die Kölner. Die Schirme für die Kölner. Das ist ja so. Aber wir haben doch eine Position, nicht das ist einfacher Hürden, aber das ist doch eine Chance. Position 4. Und die letzte Chance für die Fachschaft. Hier noch ein paar Fotos mit sich. Position 4 im Festiment. Einmal. Einmal. Gönne doch. Ein Lauchwege, die unten der Erde. Das ist doch wieder auf dem Bein. Warte, schau mal kurz. 3. Und wir haben jetzt ein paar Körbe. Wir haben jetzt 2, 2 Körbe, das heißt 6 Punkte. Kommt mal das genau her. Also, wie es geht, erklären wir mich noch mal. Das geht da hin, habt da raus. Vor die Markierung drehen. Ihr dürft ein bisschen näher ran. So, oder? Also direkt vor die erste Markierung. Da, genau. Da ist Zukunft. Und auf dem Musikwagen kommt fertig los. Also hier noch mal, die pressteých. Aber hier ist es genug controversial. Das bin's. quienes wenn es nur eine andere andere Nach거든요. Als ich das crede und da kann es so aus,い',en, üsc'? Herzlichen Glückwunsch an, Herzlichen Glückwunsch an! 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 P covertzone! Ich bitte noch die P covertzone! Es ist das schlecht! Oh ja! Das war schon, dass, also ich konnte halt die Stolz da, die hat das Stolz nicht auf Aufgeben gemacht, aber ich glaube, ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Eine Position hat sie gemacht, leider mit Nürnberg auf der dritten Position, aber die vierte, die Wörter hat. Da könnt ihr auch am meisten Punkte machen. Aus geht's! Aus geht's! Aus geht's! Ich bin sehr dankbar, dass wir leider nicht mehr gut sind. Wir haben uns nach dem Sendung von Klaas noch mal hochkommendiert. 36 Punkte gesporten. Und immerhin zwei für die Fachsaufgesicht. Und dann werden wir auf jeden Fall doch noch mal für den Auftrittdaten aufhängen, oder?